Was ist weiter für Stennis? Ja, du musst drauf auf jeden Fall. Für Lars Lottermotor. Aber, das ist schon voll geil. Was hast du da? Ich habe sofort einen Daumen. Wer hat denn schon? Wer ist noch... Wer ist noch mehr? Na halt. Das ist von Recht... Ja, ja, ja. Schöpfen! Ich kann die Spiele gucken, nein. Ich organisiere mich gerade sofort. Okay, das ist gut. Nummer 12. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR Das war's. 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 Das war's.